Dies ist Radio IBS Leeds. Heute ist Sonntag, der 8. Juni 2008. Die Tageslosung für den heutigen Sonntag. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Seele ist sehr erschrocken. Aus Psalm 6, Verse 3 bis 4. Gottes Geist hilft unserer Schwachheit auf. Aus dem Römer Brief, Kapitel 8, Vers 26. Das war die Tageslosung für Sonntag, den 8. Juni 2008. Ich wünsche Ihnen eine gute und angenehme Woche. Sie hören Radio IBS Leeds, Independent Broadcasting Service Leeds England, West Yorkshire, United Kingdom. Bis zum nächsten Mal.